Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Kaderplanung für den 1. FC Magdeburg. Im zweiten Zweitliga-Jahr in Folge geht es ja für Magdeburg erneut im Abstiegskampf um alles. Aktuell ist man zwar Tabellen-13, hat aber eben auch nur 3 Punkte Vorsprung auf Platz 17 und gerade mal 2 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Das heißt, aktuell geht es für Christian Titz und Co. nur darum, die Klasse zu halten. Alles andere spielt dann erstmal eine Rolle für die mittelfristige Zukunft des Vereins. Und genau da geht es eben dann um die Kaderplanung von Ottmar Schork und eben der großen Frage, wie wird der Kader über den Sommer hinaus umgebaut? Wir blicken heute mal auf das Szenario Zweitliga-Verbleib, welche Möglichkeiten bietet der Kader, welche Chancen gibt es vielleicht auch, um den nächsten Schritt zu gehen und vor allem eben auch, welche Spieler könnten konkret Magdeburg beim Klassenerhalt verlassen? Über alles und mehr sprechen wir heute in der Kaderplanung für den 1. FC Magdeburg. Wir gehen somit hier in unserer Kaderplanung Position für Position durch, schauen dort auf die aktuelle Zusammensetzung, die möglichen Abgänge und wie man eben dann potenziell aufgestellt sein sollte. Generell geht es hier nicht um konkrete Transfervorschläge, darum geht es bald im Format 5 Transfers für. Hier planen wir wirklich mal grundsätzlich den Kader, erst recht eben auch mit dem Blick auf die Abgänge. Liegen wir also los auf der Torwartposition und hier haben wir einmal rein grafisch gesehen von links nach rechts Dominik Reimann, Julian Pollersbeck und Noah Kruth. Dominik Reimann ist ja wie auch schon in der Vorstellung die klare Nummer 1, der bislang auch in jedem Pflichtspiel von Anfang bis Ende sowohl in der Liga als auch im DFB-Pokal zwischen Pfosten gestanden hat. Und das liegt vor allem daran, dass er auch einfach ein guter Keeper ist, der natürlich auch mit seiner spielerischen Qualität sehr, sehr gut ins Spielsystem von Christian Titz passt. Und ich denke mal, Dominik Reimann wird auf jeden Fall bleiben und somit bleibt er auch Magdeburgs Stammkeeper. Dahinter hat man sich ja im letzten Sommer ganz bewusst dafür entschieden, Julian Pollersbeck zu holen von Olympique Lyon, den Titz ja bereits aus Hamburger Zeiten kennt und der ein unglaublich spielstarker Keeper ist. Der eigentliche Plan war ja, dass Pollersbeck auf jeden Fall der Herausforderer werden soll für Reimann und hat ihm auf jeden Fall auch zugetraut, vielleicht sogar die Nummer 1 zu werden. Allerdings haben ihn Rückenprobleme, Wochen, wenn nicht sogar Monate komplett außer Gefecht gesetzt. Da muss man jetzt auf jeden Fall mal abwarten, wie viel Sinn das dann eben noch macht über den Sommer hinaus. Generell halte ich Pollersbeck schon für einen wirklich sehr, sehr guten Zweitliga-Keeper, ist recht für eine sehr, sehr gute Nummer 2. Aber es ist halt wirklich die Frage, wie es mit der Fitness aussieht und auch das Recht mit der Vertragslaufzeit. Denn in Magdeburg werden die Vertragslaufzeiten eigentlich nie öffentlich kommuniziert. Das heißt, es könnte doch sein, dass Pollersbecks Vertrag schon wieder ausläuft und man vielleicht dann entscheiden wird, okay, er wird vielleicht Magdeburg dann doch eher wieder verlassen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das Kapitel Pollersbeck nach nur einem Jahr wieder endet. Somit hätten wir dann natürlich den Bedarf einer neuen Nummer 2 und auch hier wäre es eben dann wichtig, jemanden zu holen, der Druck machen kann auf Reimann. Natürlich hätte man dann diese Möglichkeit, wenn Pollersbeck geht, hier eben auch nochmal einen neuen, vielleicht auch einen etwas jüngeren Keeper zu verpflichten, der auf jeden Fall das Zeug hat zur Nummer 1. Wenn es aber erstmal eben auch die Nummer 2 ist. Wenn Pollersbeck fit ist, wenn man Pollersbeck das zutraut, dann ist wie gesagt auch ein Verbleib von ihm möglich. Ansonsten gibt es eben dann hier eine neue Nummer 2. Norgrut ist ja aktuell die Nummer 3, der aber eben auch bedingt durch die Verletzung von Pollersbeck oftmals auf der Bank saß, hat auch in der Oberliga für die zweite Mannschaft vier Spiele gemacht. Ich denke mal, er bleibt auf jeden Fall an Bord. Und somit wäre das dann hier mal unsere Planung auf der Torwartposition. Rein systematisch agiert ja der FCM oftmals aus einer Möglichkeit zwischen Dreier- und Viererkette immer wieder hin und her zu wechseln. Auch dort ist das Thema Innenverteidiger natürlich ein wichtiges Numenal. Haben wir dort Daniel Heber, Tobias Müller, Andi Hoti und Jamie Lawrence. Daniel Heber ist sicherlich aktuell von der Hierarchie her der Innenverteidiger Nummer 1. Er hat ja in der vergangenen Rückrunde nach seinem Transfer unglaublich stark performt in der zweiten Liga. Das ist in der aktuellen noch nicht ganz so stark wie eben in der Rückrunde. Aber natürlich bleibt er auf jeden Fall eingeplant, weil er ein wirklich guter Innenverteidiger ist. Tobias Müller war ja der Kapitän der Aufstiegsbahn, hat sich aber dann im Sommer zuvor für eben den Wechsel zum SC Paderborn entschieden. Und ist eben jetzt nach anderthalb Jahren im Winter zurückgekehrt. Er war ja diesbezüglich auch so ein bisschen der Direktersatz für Pichini, den man ja abgegeben hat. Und ich finde, Tobias Müller macht seinen Job auf jeden Fall solide bis gut. Er wird auf jeden Fall bleiben. Mal gucken, inwiefern dann hier die Konkurrenz aber auf seiner Position nochmal größer wird. Denn Andi Hoti ist er im vergangenen Sommer gekommen als Neuzugang von Inter Mailand. Hat er zuvor für Freiburg 2 gespielt. Und ist auf jeden Fall ein junger Innenverteidiger, der noch weiteres Entwicklungspotenzial mitbringt. Aktuell ist er Rotationsspieler. Ich finde, dass er als Ersatz auch auf jeden Fall zu gebrauchen ist. Und Christian Titz ist eben auch ein Trainer, der junge Spieler entwickeln kann. Und da wird sicherlich auch Hoti in der kommenden Saison nochmal einen Schritt machen können. Jamie Lawrence sollte sich ja als Leihspieler vom FC Bayern München auch entwickeln. Und während das in der letzten Saison mal mehr, mal weniger geklappt hat, ist das in seinem zweiten Leihjahr alles andere als erfolgreich. Er hat jetzt vor zwei Wochen mal wieder eine Halbzeit gespielt. Zuvor wochenlang gar nicht mehr gespielt. Und deswegen wird diese Leih auch im Sommer enden. Lawrence wird auf jeden Fall gehen. Somit ist auch hier schon mal klar, dass die Innenverteidigung auf jeden Fall Verstärkung braucht. Zum einen würde ich schon auch hier einen potenziellen Stammspieler suchen, der richtig Druck machen kann auf Müller und vielleicht auch auf Heber. Aber auch ein zweiter neuer Innenverteidiger ist gut möglich. Vor allem eben auch bei der Systematik einer Dreierkette. Hier wäre dann ein Jumos Talent als Herausforderer sicherlich auch dann ein logisches Transferziel. Transferziele braucht es auch bei den Außenverteidigerpositionen. Denn diese waren ja bereits im Winter durchaus in der Kritik. Oder anders gesagt, dort haben sich viele Fans, vor allem auch neue Spieler gewünscht. Passiert ist dort aber erstmal nichts. Wir haben aktuell Herbert Bockhorn, Eldin Sokowitsch, Tarek Cahit und Leon Belbel. Zudem könnte man auch Mohamed Elhan Khoury hinzuzählen, der auch in den vergangenen Wochen als Schienenspieler wirklich gut gespielt hat. Zu dem kommen wir aber dann gleich nochmal. Aber auch er ist durchaus wichtig in unserer Rechnung bei den Außenverteidigern. Denn oftmals sind ja diese Außenverteidiger auch durchaus bewusst als offensive Spieler ausgewählt worden. Jetzt nicht die klassischen Links- und Rechtsverteidiger, sondern eher dann doch die Schienenspieler. Und genau das macht es in Magdeburg so interessant. Herbert Bockhorn spielt ja insgesamt auf jeden Fall eine starke Saison mit sechs Goern. Auch wenn er zuletzt eher nur als Joker zum Einsatz gekommen ist. Aber ich schätze Bockhorn auf jeden Fall als gut genug ein für die nächste Saison. Und ich glaube es wäre auch wichtig ihn weiter an Bord zu haben. Eldin Sokowitsch ist ja ein Eigengewächs, der für die Low-Cup-Player-Regelung gar nicht mal so unwichtig ist. Aber der eben auch jetzt in seinem jungen Alter endlich den nächsten Karriereschritt gehen muss. Das scheint in Magdeburg nicht möglich zu sein. Er muss deutlich mehr spielen. Und deswegen ist Sokowitsch für mich auf jeden Fall ein klarer Abgangskandidat. Entweder per Verkauf oder per Vertragsende. Auch da ist wie gesagt nicht klar, wann die Verträge auslaufen oder vielleicht doch erstmal per Laie. Aber Sokowitsch und Magdeburg, das macht erstmal über den Sommer hinaus, finde ich auf jeden Fall keinen Sinn. Tarek Cahit ist ja im letzten Sommer zum FCM zurückgekehrt. Spielt allerdings auch nur in der Oberliga. Da spielt das auch eine wirklich gute Rolle. Auch insgesamt eine ganz gute Saison. Aber das macht halt eben so keinen Sinn für den Profibereich. Somit hätten wir aber auch dann Kaderplätze geschafft für neue Außenverteidiger. Eben auch dann für einen neuen Rechtsverteidiger. Auch wenn man hier durchaus Lösungen hat und diese Position ganz dazu besetzt. Entweder man plant dort ganz klar eben auch endgültig Elan Curi ein. Als Schienenspieler, als rechter Verteidiger. Oder eben auch den Neuzugang Pierre Nagombe, der vom 1. FC Köln kommt und durchaus Potenzial mitbringt. Der spielt zwar aktuell in Köln nicht. Das heißt, er kommt auch damit relativ wenig Spielpraxis. Hat aber auf jeden Fall Potenzial, vielleicht auch dann den Ersatz für Bockhorn und Elan Curi zu geben. Sollte Elan Curi aber eher offensiv eingeplant werden oder vielleicht sogar Magdeburg verlassen, wenn es Interesse gibt. Dann würde ich auf jeden Fall schon nochmal rechts hinten nachlegen. Leon Belbel ist ja auf der linken Abwehrseite größtenteils gesetzt. Hat auch in den vergangenen Wochen dann ab und an mal mit Elan Curi die Seiten getauscht und auf rechts gespielt. Und legt auf jeden Fall eine ganz gute Saison hin. Belbel passt natürlich auch sehr, sehr gut ins System und wird auf jeden Fall an Bord bleiben. Aber ich finde auch, dass ein neuer Linksverteidiger hier in unserer Planung essentiell ist, um eben auch zum einen Druck auf Belbel zu machen und vielleicht sogar dann auch hier mittelfristig einen neuen Stammspieler zu haben. Weil ich glaube schon, dass Magdeburg den nächsten Schritt generell als Verein gehen möchte. Und da darf man eben auch schon dann mal auf der einen oder anderen Position mit auch mal einer richtigen Konkurrenz-Situation planen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass hier vielleicht doch sogar zur nächsten Saison ein neuer Stammspieler geholt werden wird. Also das Thema Außenverteidiger ist und bleibt ein wichtiges und sollte im Sommer auf jeden Fall auch in der Planung eine große Rolle spielen. Eine große Rolle spielt natürlich in jeder Fußballmannschaft das Mittelfeld. Erst recht das Zentrum eines jeden Mittelfeldes. Und auch da wird es in Magdeburg sehr interessant. Aktuell haben wir dort Daniel Elfadli, Silas Gnarka, Jean Hugonnet, wir haben Amara Kondé, Conor Krimpicki und Jona Fabisch. Daniel Elfadli hat ja eine unglaublich starke Vorsaison gespielt. Es gab ja auch im letzten Sommer sehr konkretes Interesse von Hamburg SV. Aber Magdeburg hat gesagt, nee, den geben wir nicht ab, den behalten wir. Elfadli ist weiterhin ein wichtiger Faktor, auch wenn er etwas schwächer performt. Aber sicherlich wird auch weiterhin das Interesse von anderen Vereinen da sein. Deswegen glaube ich, könnte Daniel Elfadli Magdeburg tatsächlich verlassen, wenn eben auch dann eine gute Ablösesumme geboten wird. Bedingt durch seine nicht ganz so starke Vorsaison oder durch seine nicht ganz so starke Saisonvergleich zur Vorsaison kann man aber logischerweise auch davon ausgehen, dass Magdeburg vielleicht sogar eher eine Chance hat, ihn zu halten. Und trotzdem kann ich mir schon irgendwo im Gesamtpaket einen Abgang vorstellen. Somit ist natürlich der Bedarf ganz klar da, einen neuen Sechser zu holen. Vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, nochmal mehr Spielstärke reinzubekommen. Und natürlich braucht es aber noch hier einen gewissen Hybrid-Spieler, der ähnlich wie Elfadli im 4-3-3-System auf der 6 agieren kann, aber auch im 3-4-3. Sie geben dann zwischen die beiden äußeren Innenverteidiger Fallenness als zentraler Innenverteidiger. Generell kann das aber sicherlich dem gesamten zentralen Mittelfeld nochmal helfen. Silas Gnarka kommt ja bereits auf 8-Score als 6er als 8er, der auch immer wieder Top-Spiele hinlegt und trotzdem kann Gnarka sicherlich auch nochmal etwas mehr Konstanz zeigen. Aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall bleiben wird. Ich persönlich mag ihn auch einfach sehr als Spielertypen. Jean-Yves Gounet ist ja ein Neuzugang aus dem letzten Sommer, der bislang eher als Rotationsspieler agiert. Aber auch er ist eben der Spielertyp Hybrid-Spieler, der sowohl eben als Innenverteidiger und 6er funktionieren kann. Aber da muss sicherlich nochmal mehr kommen, um eine noch größere Rolle spielen zu können. Aber ich denke mal, den Schritt kann er unter Titz auf jeden Fall machen. Amara Kondé ist ja der Kapitän von Magdeburg, der in der vergangenen 2. Liga-Saison durchaus seine Probleme hatte und sich dann aber auch trotzdem zurückkämpfen konnte. Trotzdem war es auch in der aktuellen Tesoro, dass Kondé dann mal Phasen hatte von 2-3 Spielen, wo er gar nicht gespielt hat, wo er dann zwischendurch wieder raus war. Ist, finde ich, ein durchaus kritisches Thema. Weil ich glaube schon, dass Magdeburg auch auf der Achterposition sich nochmal verstärken sollte. Und dann wäre hier sogar in der Planung eher bei einem Abgang von Kondé. Somit haben wir dann hier den Bedarf, aber logischerweise auch die Chance, Verstärkung zu holen. Ein neuer guter Achter wäre hier auf jeden Fall wichtig. Auch da ist natürlich das Thema Spielstärke, fußballerische Qualität ein wichtiges. Ein Neuzugang, der eben auch nochmal dann etwas das Niveau für die 2. Bundesliga anheben wird. Konrad Krenpiki ist ja der Ersatz auf dieser Position, der natürlich auch mit seiner Erfahrung durchaus wichtig ist. Und für mich ist Krenpiki eine gute Option. Das ist okay für die Kaderbreite. Und genau dafür planen wir ihn hier eben auch dann mal ein. Jonas Fabisch ist ja aus der ASV-Jugend gekommen im letzten Sommer, konnte aber auch bedingt durch Verletzungen noch nicht so richtig angreifen und steht bislang bei 0 Einsätzen. Das Potenzial ist bei Fabisch aber schon durchaus da. Also man glaubt schon daran, dass er mittelfristig eine Option sein kann. Ich würde ihn allerdings in der kommenden Saison erstmal verleihen. Vielleicht wird es dort auch dann in der 3. Liga ganz gute Optionen geben. Somit hätten wir also 3 Abgänge im zentralen Mittelfeld. Und ich finde schon, dass man dann auch hier nochmal nachlegen sollte. Vielleicht sogar doppelt. Zum einen mit einem neuen Kreativspieler, einem möglichen Stammspieler. Arsland zum Beispiel sollte ja im letzten Sommer genau diese Rolle einnehmen. Das hat nicht geklappt. Ich denke mal in puncto Kreativität kann und muss Magdeburg auf jeden Fall nochmal nachlegen. Ansonsten wäre aber auch dann nochmal ein freier Kaderplatz da für einen weiteren Achter oder Zehner. Vielleicht noch eher ein junges Talent für die Breite, ein Herausforderer, sprich ein etwas anderer Typ im Vergleich zu Fabisch. Und somit wäre das also mal meine Planung für das Zentrum. Und ja, ich würde hier auf jeden Fall auch ein bisschen was umstellen. Blicken wir somit natürlich auch noch auf die Offensive. Und auch dort wird Ottmar Schork ein, zwei Aufgaben haben. Blicken wir erstmal auf die Flügelposition. Dort haben wir aktuell von links nach rechts Baris Attik, Tatsuya Ito, Jason Shekka, Mohamed Elhankuri, Alexander Nollenberger und Xavier Ameci. Baris Attik ist sicherlich der individuell beste Spieler beim 1. FC Magdeburg, der bereits auf 13 Scorer-Punkte kommt. Und natürlich auch damit immer und immer wieder das Interesse von anderen Vereinen auf sich zieht. Aber Attik ist Magdeburg sehr verbunden. Da ist eine hohe Identifikation auf jeden Fall vorhanden. Und doch erst recht kommt er mit Christian Titz unglaublich gut klar und wird somit auch so an Bord bleiben. Tatsuya Ito wurde im letzten Sommer fest verpflichtet und ist zwar meistens eher der Ersatzspieler auf den Flügeln, aber hat auch in den letzten Wochen ab und an mal in der Startelf gestanden. Er macht es gut und wird somit auch hier bei uns bleiben. In Sinne von unserer Kaderplanung. Jason Shekka ist ja auch ein Spieler, der eine richtig gute Vorsorge hingelegt hat. Da gab es auch dann Interesse von anderen Vereinen. Aber er hat sich auch ganz bewusst für eine Vertragsverlängerung entschieden. In der aktuellen Saison sind seine Leistungen aber deutlich schwankender. Mal steht er in der Startelf, mal sitzt er nur auf der Bank, weil er eben nicht ganz so konstant liefert wie noch in der Vorsaison. Also ich finde schon, dass Jason Shekka mehr kann, als er aktuell zeigt. Ich mag ihn unglaublich als Spielertypen. Aber ich denke mal, er wird auch erstmal den Magdeburg weiter angreifen wollen. Mohamed Elankuri war jetzt letzt ganz klar gesetzt als Schienenspieler. Ich finde auch, das ist die beste Position für ihn. Bislang wurde er ja sowohl als klassischer Außenverteidiger, als Mittelfeldspieler, als Stürmer teilweise ausprobiert. Ich denke mal, Elankuri sollte man dann auch endgültig als Schienenspieler einplanen. Aber auch auf der Position muss er logischerweise auch dann das Niveau halten, um auch dann weiterhin einen Stammplatz innehaben zu können. Alexander Nollenberger war ja ein Neuzugang aus Bayreuth, der erstmal nur Rotationsspieler ist und war. Ich denke mal, man hat auch nicht so viel mehr erwartet. Und trotzdem ist es einfach zu wenig, um eine gute Option darstellen zu können. Deswegen glaube ich, dass sich hier die Wege trennen werden. Ich glaube auch ohnehin, dass ein neuer Flügelspieler nicht verkehrt wäre. Vielleicht auch dann ein möglicher Stammspieler für die rechte Seite, wo ich auch nochmal einen Ticken Nachholbedarf sehe. Zwar haben wir dort mit Xavier Ameji noch eine weitere Option. Neuzugang, der auch gute Ansätze zeigt. Er war ja auch teilweise mal gesetzt, aber hat eben auch immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. Bleibt auf jeden Fall an Bord. Und trotzdem würde ich hier auf jeden Fall dann nochmal einen neuen Spieler hinzuholen. Bleibt somit dann noch das Sturmzentrum übrig, wo man ja auch bereits im Winter nachlegen wollte, nachlegen musste und auch nachgelegt hat. Aktuell haben wir eben dort Lukas Schula, Brian Teixeira, Luke Castaños und Emil Kuhinja. Lukas Schula ist ja mit seinen fünf Buden der beste Torschütze im Kader der Magdeburger in der zweiten Liga. Und trotzdem ist er natürlich auch einer, der auch noch nicht perfekt ist. Also Lukas Schula ist natürlich schon einer, der unter Christian Titz ein hohes Ansehen hat. Der auch durchaus zu Recht Stürmer Nummer eins ist. Aber auch für mich ein Spielertyp ist, der nochmal mehr zeigen kann. Er hat natürlich auch jetzt nicht die größte technische Qualität wie vielleicht andere. Und trotzdem kann er glaube ich nochmal etwas mehr Tore machen. Und ich denke schon, dass er auch erst recht unter Titz bleiben wird, auch wenn es dort Interesse von anderen Vereinen gibt. Und trotzdem braucht es hier glaube ich nochmal eine andere Konkurrenzsituation. Denn Brian Teixeira ist im Winter hinzugekommen, wurde erstmal ausgeliehen von Sturm Graz. Konnte allerdings erst gerade mal zwei Spiele machen. Da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Vor allem auch als hängende Spitze könnte Teixeira sicherlich ganz gut funktionieren. Aber so sieht es dann doch schon relativ klar nach einem Abgang aus. Lo Castanios ist ja aktuell auch nur noch ersatzt. Generell die letzten Wochen aber wenig gespielt. Und deswegen gehe ich hier auch ganz knapp von einem Abgang aus. Der Sturm ist und bleibt somit eine Baustelle. Ich denke mal Teixeira ist halt einfach hier noch keine allzu große Hilfe. Und deswegen muss man hier im Sommer auf jeden Fall die Suche nach einem Stammspieler vorantreiben. Der auch einfach das Komplettpaket mitbringt. Also der sowohl relativ groß gewachsen ist, gut in der Box ist, sich aber auch ganz gut mal fallen lassen kann, mitspielen kann. Eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt, aber auch eine gewisse Physis. Und vielleicht auch dann einfach hier nochmal eine klare Nummer 9, eine klare Nummer 1 im Sturmzentrum zu haben. Denn mit Emil Kuinja haben wir dann noch einen weiteren Winternautszugang mit dabei. Der hat bislang zweimal als Joker gespielt. Hatte auch da einmal ein sehr, sehr wichtiges Tor erzielt. Und ich denke mal in unserer Planung macht es auch Sinn, ihn erstmal weiterhin als Stürmer Nummer 3 einplanen zu können. Wenn man natürlich dann noch Spieler verliehen hat, lohnt sich auch dort der Blick drauf, wer vielleicht eine Rolle spielen könnte nach Rückkehr und wer vielleicht nicht. Bei Magdeburg haben wir einen verliehenen Spieler und das ist Ahmet Arslan. Der ist ja im letzten Sommer von Holstein Kiel verpflichtet worden, nachdem er bei Dynamo Dresden in Liga 3 eine wirkliche Top-Saison gespielt hat. Zu Recht gab es Interesse von mehreren Zweitligisten. Magdeburg hat den Zuschlag erhalten, weil man eben im Kreativbereich nochmal was machen wollte. Und Arslan hat ja auch mit guten 400.000 Euro echt eine Stange Geld gekostet. Das hat allerdings in der Hinrunde überhaupt nicht funktioniert. Auch mit Christian Titz hat es wohl nicht so richtig zusammengepasst. Und deswegen ist er im Winter dann zu Dynamo Dresden zurückgekehrt. Da steht er zwar jede Woche auf dem Platz, mal als Rotationsspieler, mal in der Startelf, aber auch dort überzeugt er nicht so richtig. Das heißt für mich, ich glaube nicht, dass Dynamo Dresden ihn festerpflichten wird. Ich glaube aber auch nicht an eine Zukunft von Magdeburg. Somit muss sich Ahmet Arslan im Sommer einen neuen Verein suchen. Und hier in der Übersicht sehen wir auch dann nochmal, welche Aufgaben Ottmar Schork vor sich haben wird, wenn er eben dann die Spieler verkauft bekommt, abgebt, die wir besprochen hatten und es eben dann Bedarf auf gewissen Positionen gibt. Im Tor wäre eben das eine neue Nummer 2. Bei den Außenverteidigern, Schräg-Schienenspielern, ein bis zwei neue Stammspieler. Aber abhängig davon, wo Elankuri eingeplant wird und wie gut möglicherweise auch Najombe schon funktioniert. In der Innenverteidigung würde ich auch doppelt nachlegen. Lawrence wird sicherlich gehen. Ihr braucht es auf jeden Fall auch einen möglichen Stammspieler plus eben dann einen jungen Herausforderer. Im Zentralmittelfeld sehe ich auf jeden Fall mit die größte Baustelle. Da kann man eben auch am ehesten ansetzen, um die ganze Qualität der Mannschaft nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Aber dafür braucht es eben auch gute Ideen, sowohl auf der 6, auf der 8 und auch auf der 10. Auf den Flügelpositionen ist Magdeburg ganz gut aufgestellt. Sollte sich aber dort eine Option ergeben, würde ich auch nochmal nachlegen. Und auch erst recht, das Sturmzentrum ist auf jeden Fall eine Baustelle, wo Neuzugang zwingend her muss. Blicken wir nun abschließend nochmal auf die mögliche neue Startelfe in der nächsten Saison vom 1. FC Magdeburg mit Christian Titz als Trainer. Nach dem Klassenhalt in der zweiten Bundesliga mit dem klaren Ziel eben auch, einen Schritt nach vorne zu machen. Dafür bliebe in meinem Falle Reimann die Nummer 1. Es bräuchte aber eben dann, wenn Pollerspeck geht, eine neue Nummer 2. In der Abwehr ist ja ohnehin flexibel. Mal 4-3-3, mal 3-4-3. Ich habe eben jetzt in der Systemmischung geplant, das heißt Innenverteidigung bliebe erstmal bei Heber und Müller. Mit aber auch einem klaren Herausforderer dahinter, der möglicherweise einen von beiden verdrängen wird. Und auf der 6er Position oder auch dem zentralen Innenverteidiger hätten wir eben El Fadli nicht mehr dort. Und da müsste eben dann ein Neuzugang her. Rechte Seite ist dann ein enger Konkurrenzkampf zwischen Borkon und El Ancuri, wo ich mal sehr gespannt bin, wer den für sich entscheiden wird. Linke Seite sehe ich schon noch den Bedarf eines Neuzuganges, dem auch dann mit Belbel und auch El Ancuri ordentlich Konkurrenzkampf hat. Aber genau das würde, glaube ich, auch Magdeburg generell weiterhelfen. Dann haben wir Gnarka erstmal, ja sozusagen gesetzt auf der Doppel-8, die dann teilweise auch im 3-4-3 mal zu Doppel-6 wird. Daneben könnte es auf jeden Fall helfen, nochmal etwas mehr Kreativität hinzuzuholen. Attic ist ganz klar gesetzt. Rechte Seite geht dann erstmal an Checker, weil ich schon glaube, dass er wirklich eine gute Rolle dort spielen kann. Sturmzentrum wäre Schuler, eher nur der Backup. Und hier hätten wir eben dann ganz klar einen neuen, guten Neuner. Somit ist das also mal meine Kaderplanung für den 1. FC Magdeburg. Und jetzt interessiert mich mal sehr, wie ihr die ganze Geschichte einordnet. Also welche Spieler würdet ihr bei Magdeburg abgeben, auf welchen Positionen seht ihr den größten Bedarf und wie sieht eure Startelf der kommenden Saison aus? Schreibt all das und auch Vereinsvorschläge für die Kaderplanung mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.